Der traditionsreiche Malerbetrieb Rasshofer in Landshut Ergolding steht für Fachkompetenz, Qualität, Kreativität und Zuverlässigkeit. Und das seit drei Generationen. Bereits in der Planungsphase bietet der renommierte Malerbetrieb eine fachgerechte und objektbezogene Beratung, wenn gewünscht auch gewerkeübergreifend. Individualität und persönliche Wünsche werden hier groß geschrieben. Ihre Farbträume gehen somit garantiert in Erfüllung. Fassadenanstriche, Wärmedämmverbundsysteme, Holzschutzarbeiten oder Innenraumgestaltung. Man spürt die Erfahrung des Vorzeigebetriebes bei jedem Handgriff. Das inhabergeführte Familienunternehmen beschäftigt 18 bestens qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die dank oft langjähriger Betriebszugehörigkeit mit Know-how und Präzision punkten können. Rasshofer, zertifizierter Partner für Asbestentsorgung und Fachmann für Betonsanierung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!